Willkommen zu einem neuen Webflow Tutorial. Heute ein bisschen mehr was für die Grundlagen und die vielleicht auch gerade mit der Umsetzung oder mit Webflow anfangen. Und zwar geht es darum, zwischen den Logos in einem Logo Grid immer Trennerlinien zu haben. Und ich möchte dir heute eben mehrere Wege zeigen, die hier zum Ziel führen und dementsprechend auch um ein Learning einfach für dich dabei zu haben, weil es auch gerade in der Umsetzung bei Webseiten immer mehrere Lösungswege und Ansätze eben gibt, dass du das ein bisschen nachvollziehen kannst. Das ist die beste Lösung, wie ich finde, ganz am Schluss. Also falls dich nur das interessiert, guck einfach in die Kapitelmarken und spring genau da hin. Und ansonsten gehen wir das jetzt einfach so ein bisschen Schritt für Schritt durch. Also wir haben hier verschiedene Items. In dem Fall habe ich das jetzt mal so gemacht, dass ich eben hier zwei Rows habe, also zwei Reihen, die jeweils mit Flexbox horizontal gesetzt sind. Das heißt, diese Lösung nutzt jetzt zum Beispiel Flexbox. Und hier habe ich einfach eben diese Kind-Elemente, vier Stück, und die enthalten dann immer ein Logo Bild. Und jetzt würde man wahrscheinlich so hingehen, dass man sagt, okay, diesem Item, wo dann die Inhalte drin sind, da kann ja auch noch Text und so weiter drin sein, dem würde ich jetzt einfach mal intuitiv ein Border geben, einmal auf die rechte Seite und nach unten ein Border auf die untere Seite. So, jetzt haben wir im Prinzip genau das, was wir brauchen. Wir haben eben Divider, Trennerlinien hier rechts. Das Problem ist, dass wir bei dem ganz letzten Item auch rechts einen Border haben. Und genauso haben wir das auch hier ganz unten. So, wie könnte man jetzt das also lösen? Nehmen wir vielleicht von den Items einfach diese unteren Divider erstmal wieder weg. Und gehen dann hin und geben einfach der kleinen Logo-Rower, also die, die Flexbox angewendet hat, einen Border nach unten. Ja, dann können wir eben hier hingehen und sagen, gut, dann kriegst du das eben nur. Zack, hier. Und jetzt haben wir im Prinzip das Gleiche, wie wir gerade hatten, aber wir könnten jetzt als erste Idee eben eine Combo-Class verwenden. Also, das ist erstmal so ein bisschen das Problem, was du wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt hast, sonst würdest du das Video vielleicht nicht anschauen. Und hier könnten wir jetzt eine Combo-Class verwenden. Das heißt, wir gehen immer zu dem letzten Element, machen hier zum Beispiel Last Item, ja. Und das Last Item hat hier eine Null. Und jetzt steht uns diese Combo-Class zur Verfügung und wir könnten das jetzt hier eben auch immer auswählen. Und jetzt haben wir das schon mal geschafft und genauso könnte man das jetzt eben bei der Reihe machen. Also, diese Row hier mache ich immer oben wieder zu, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Die letzte Reihe könnte genauso das haben, ja. Zum Beispiel, da kannst du auch Last Row zum Beispiel schreiben. Und dann gehst du hier auf Null. So, und jetzt hast du im Prinzip die Lösung. Das Problem ist nur, bei so einer Herangehensweise habe ich das, wenn du jetzt hier zum Beispiel sagst, okay, ich möchte jetzt mal irgendwie noch mehr Items hinzufügen oder ich möchte zum Beispiel das Letzte. Kann gut sein. Ein Kunde sagt, gut, ich möchte das jetzt ganz am Anfang haben. Du siehst es jetzt ganz am Anfang. Und jetzt siehst du, oh nein, jetzt hat das Letzte hier wieder eine Trainerlinie. Dann müsstest du die hier also wieder hinzufügen und hier müsstest du die jetzt wieder rausnehmen. Das heißt, das ist ziemlich viel hin und her. Wenn du mal was verschieben willst, ist einfach nicht so komfortabel. Plus, wir haben zusätzliche Combo-Class kreieren müssen, was zusätzlichen Code bedeutet. Und wir haben einfach mehr, was wir hier eingeben müssen und managen müssen. So, es führt aber eben zum Ziel. Eine andere Herangehensweise wäre, wenn wir jetzt hier nochmal hingehen und sagen, gut, wir haben jetzt nicht diese Last Item in der Reihe und in den Items. Wäre, und das ist jetzt was, ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß nicht. Aber es führt auf jeden Fall zum Ziel und ich möchte dir einfach verschiedene Ansätze zeigen, damit du ein bisschen ins Denken kommst. Wir machen hier nochmal einen Rapper außenrum und den machen wir mal Position Relativ. Das ist eigentlich eine globale Klasse, die du dir sowieso ganz nützlich anlegen könntest. Und das Einzige, was hier eingestellt ist, ist eben Position Relativ. Und jetzt könnten wir hier Elemente reinmachen, zwei. Und zwar hier zum Beispiel Logo, Divider, weiß nicht, Overlay. Und dann machst du am besten hier noch, ne, kannst einfach, doch, schreibe mal gleich hin, mach mal zwei zusammen. Mach mal Right, also die rechte Seite. Und du kannst jetzt vielleicht schon erahnen, dem geben wir einfach auch ein Pixel Breite und in der Höhe 100%. Und jetzt müssen wir den Position absolut setzen und können den hier quasi in die rechte Ecke setzen. Jetzt liegt er genau, hier siehst du es in Blau, quasi innerhalb von unserem Position Relativ. Und daran orientiert er sich und dann liegt er jetzt genau hier drüber. Und jetzt müssten wir in dem im Prinzip einfach nur die Hintergrundfarbe geben von der Section. Und jetzt wäre, ist eigentlich der Item, hat immer noch den Border nach rechts, aber er wird eben überlagert von diesem Position Absolute Element. Und das gleiche könntest du jetzt eben machen mit einem Element, was dann dort drunter eben am unteren Bereich liegt. Und zwar machen wir hier jetzt einfach Bottom. Und dann könntest du hier sagen, okay, du sollst jetzt hier unten sein und hier die Höhe ein Pixel haben. Und die Breite ist hier dann erstmal egal, können wir auch rausnehmen. Ist im Prinzip auch eine Lösung, nutzt zwei zusätzliche Elemente, was nicht so optimal ist. Plus du musst nochmal einen Wrapper quasi außenrum machen für diese Position Absolute. Und trotzdem kannst du jetzt, wenn du willst, die Logos hin und her verschieben, so wie du möchtest. Und es wird immer funktionieren. Also ist auch eine nette Variante, aber es geht noch besser und zwar mit CSS Grid. Das Problem ist ja hier, dass wir eigentlich innerhalb von dem Flexbox, beziehungsweise vielleicht fällt mir gerade ein, könnte man es mit Flexbox auch lösen. Aber das ist jetzt einfach die beste Lösung, die ich dir rate. Und das nutzt jetzt eben CSS Grid. Und der Unterschied ist ja hier, dass wir jetzt keine Reihen haben, sondern ein Element außenrum, was das Grid ist. Und hier kannst du ja immer einstellen, okay, wie viele Spalten willst du jetzt haben? In dem Fall vier eben auf Desktop und dann eine Reihe. Und wenn es noch mehr Reihen braucht, weil wir zum Beispiel noch mehr Logos hier einfügen, mehr Items, macht er automatisch eben mehrere Reihen hinzu. Und das ist erstmal die Einstellungen. Und was du jetzt hier machen kannst, ist im Prinzip haben wir jetzt hier genau das gleiche Problem. Und ich habe jedem Item einfach diesen Border gegeben, rechts und links. Und den machen wir jetzt erstmal wieder raus. Und was wir jetzt aber machen können, ist auch dem Item hier quasi die Hintergrundfarbe zu geben von der Section. Ja, also es würde nicht gehen. Wir machen sie erstmal raus, dann siehst du, dass wir das auf jeden Fall vergeben müssen. Wir gehen jetzt also zu dem Client, zu dem Logo Grid hin und geben dem eine Hintergrundfarbe. Und zwar die von der Trennerfarbe, ja, von der Divider Color. Und jetzt siehst du, dass überall erstmal die Farbe zu sehen ist. Und jetzt müssen wir aber diesen Logo Grid Item eben, weil wir wollen ja hier, dass die immer so aussieht, als ob sie auf dem Hintergrund stehen, dass wir dem eben die Hintergrundfarbe von der Section geben. Und jetzt haben wir aber momentan noch gar keine Trennerlinien. Und jetzt könnten wir das aber so machen, das geht nämlich im CSS Grid, dass du eben zwischen den Abstand, den Gap zwischen den Elementen definieren kannst. Einmal horizontal und hier vertikal. Und das heißt, wir machen jetzt hier einfach die 1 Pixel rein. Und in dem Fall, ja, in dem Zuge macht er, du siehst das jetzt hier, immer nur dazwischen die Trenner, ähm, oder er macht ja keine Trennerlinien jetzt rein, sondern er macht nur einen Abstand rein. Und dadurch sehen wir die Hintergrundfarbe, die wir eingestellt haben in dem Logo Grid, ja. Wenn wir die jetzt also hier ändern würden, dann ändert er alle Linien sozusagen. Und das ist die Lösung, die ich in der Hinsicht am besten eigentlich finde. Hier ist es jetzt sozusagen die ganze Zeit nur Trennerlinien zwischen den Elementen und nicht außenrum. Wenn du es jetzt außenrum auch noch haben möchtest, ja, aus welchen Gründen auch immer, kannst du hier immer noch dem Ganzen nochmal das Border geben. Ja, dann hast du im Prinzip auch die gleiche Lösung. Und es nutzt eigentlich nicht so viel Code wie die anderen Möglichkeiten. Und das ist einfach eine Herangehensweise, die ich dir zeigen wollte, weil das doch öfters bei Kundenaufträgen vorgibt, dass man mal so ein Logo Grid integriert. Und ich finde es ganz dezent einfach mit diesen Linien. Ich werde das nicht als Clonable veröffentlichen, aber trotzdem teile ich hier einfach diesen, gebe ich dir den Read-Only-Link, dann kannst du dir das hier nochmal anschauen. Aber das Tutorial sollte dir im Prinzip ja die Lösung direkt präsentieren. Also, wenn dir das geholfen hat, gerne den Daumen hoch beim Video und den Kanal abonnieren. Hier gibt es regelmäßig neue Webflow-Tutorials. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Bis dann, mach's gut.